Was für ein schöner Tag! Die Vögel zwitschern! La 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 Oh je, das Kind fährt auf die Straße! Halt! Au! 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 Ui! Marinette! Marinette! Geht's dir gut? Au! Mein Bein tut mir weh! Warte, ich helfe dir! Am besten, wir bringen dich zum Arzt! Einmal pusten, bitte! Nochmal! Ist nichts Schlimmes! Sie haben nur eine leichte Erkältung! Ach, da bin ich aber froh! Dankeschön, Frau Doktor! Bitte! Tschüss! So, halte durch, Marinette! Au! Au! Wir sind gleich da! Frau Doktor! Frau Doktor! Marinette, was ist passiert? Leg dich hier hin! Äh, Frau Doktor, Marinette wollte ein kleines Mädchen davon abhalten, auf die Straße zu fahren! Und da ist sie hingefallen! Hm, okay! Tut es hier weh? Nein! Hier? Hier? Hm, mhm! Hier? Aua, aua! Ach, ja, der Knöchel tut weh! Ich glaube, es ist eine Verstauchung! Aber für alle Fälle machen wir ein Röntgen! Hm, halte durch! Hm, okay! Du hast Glück, Marinette! Es ist nichts gebrochen! Hm, da bin ich ja froh! Aber, äh, was machen wir denn jetzt, Frau Doktor? Ich trage ein Kühlspray auf! Hm, oh, die Schmerzen sind schon weniger geworden! Jetzt kriegst du noch einen Verband! Weil ich gerne kühl! Ja, deine Hand Rice! Marinette, du musst dich ein paar Tage ausruhen. Marinette, ich helfe dir. Ich bring dich nach Hause. Danke, Adria. Das ist lieb von dir. Komm, gehen wir, Marinette. Gute Besserung. Tschüss.